Heute treffen wir uns hier, um Kräuter abzufüllen. Wir haben hier schon Schilder vorbereitet. Ihr seht da jetzt Zitronenwaben, Milze, Burrito, Moringa, Tilo, Oleoi und andere. Wir füllen die hier an Tötchen ab. Wir füllen die Zitronenwaben, Wermut, Oleoini und Moringa. Wir füllen die Zitronenwaben. Wir sind im Himmel mit Kräutern. Christiane, das ist Zitronengras, ihr Leute.